Willkommen zu diesem neuen Video. Es gab ein neues Update. Slurpee Swamp wurde zerstört und es gibt eine neue Waffe, der Greifer O-Tron. Ich würde sagen, wir reakten mal auf die Waffe. Hat man übrigens auch im Trailer gesehen, ne? Also das ist wirklich schon echt ganz schön krank, muss ich sagen. Also die neue Waffe, boah, ne. Die wird lustig. Übrigens, der Fortnite Deutschland Kanal ist auch mit verlinkt in der Videobeschreibung. Also lasst gerne ein Like da, aktiviert die Glocke. Abonniert mich, aktiviert die Glocke und lasst ein Like da. Es ist kostenlos und würde mich sehr supporten. Ciao Freunde.